Weiten, über die nur noch der Wind streicht. Einst hat sich hier Weltgeschichte entschieden. Schlachtfelder. Sie bergen noch heute viele Geheimnisse. Verdun, Stalingrad, Leipzig oder Waterloo. Wo immer eine Schlacht über den Kriegsausgang entschied, ist ihr Name zum Symbol geworden. Doch große legendäre Schlachten sind immer die Summe von hunderttausenden Einzelschicksalen. Wie das der Frontsoldaten, die an ihre Liebsten in der Heimat schreiben, sie sollen sich keine Sorgen machen, alles werde gut. Oder des jungen Offiziers, der schöne gemeinsame Tage beschwört und seiner Frau zuredet sich, sollte er fallen, einen anderen Mann zu suchen, damit sie nicht alleine bliebe. Über 500 Briefe wurden in Stalingrad entdeckt, die ihre Empfänger nicht mehr erreichten. Schlachtfeldarchäologen enthüllen neue Details. Und sehr Persönliches von den Wendepunkten unserer Geschichte. Von den Menschen auf beiden Seiten der Front. Es ist die Rekonstruktion der letzten Minuten im Leben der Gefallenen. Deine cùng an Ausg holes der Mitte. Bis zum nächsten Mal. S-T Sch吸. Wt gehört. Wu hungry Depression. Wt Phil regarde. B 콘stenlze. üíamos. Es ist kein Video. penetration皆さん sind uns compatrikes. wirяла GHz leyenscheide autonome. darüber Punkte bekommen. Untertit hydrated von Norden Phase 19 normal.